Marvin! Marvin! Schauen Sie mal ein, wenn Sie den Überlebenden nicht haben. Solange ist der noch tot, der wird noch weg. Schauen Sie mal ein, wenn Sie den Ball haben. Schauen Sie mal, wenn Sie den Ball haben, den Ball haben. Schauen Sie mal, wenn Sie den Ball haben. Und Linie spielen, komm Christian, Linie spielen. Die Linie, jawohl. Und Kelschen, komm in die Mitte rein. Ruhig, Jonathan. Hey, Jonathan, konzentrieren sich auf das Ding. Christian. Christoph, Daniel, zweite Reihe, so ist gut. Patrick, aufpassen, Mirko. Raus, von der Linie weg, Pascal Klan. Von der Linie weg, hoher Rückhalt, komm, komm. Guck mal rechts, guck mal rechts. Jawohl. Wieder Cian. Schieb doch mal hier. Schieb doch mal hier. Hey, war gar nichts. War richtig schwer. Hey, umdrehen. Jetzt seid euch einig, ihr beide. Ihr habt es okay. Los, 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 los. Können wir es? Einer schiebt. Jawohl, Mirko, guck mal dahinten. Die 16er rein, Daniel, komm, die 16er, Leute. Tschüss, das geht, ihr wisst. Und hoch da jetzt. Abseits. Abseits. Jawohl. Das gibt es nicht. Ich muss noch mal eins tun, ne? Ja, die sind echt nicht. Daniel, schnell auf. Weg. Und drehen. Und drehen. Okay, ich schmecke. Okay, ich schmecke. Gibt Gas, kommt. Tschüss, das geht, ihr wisst. So, Kevin, komm, du musst doch mitarbeiten. Patrick, pass auf, wir sind nicht weg, lau'n spürt's hoch. Ja, vor dem Mann. Hey, doch, Alter, schon will ich da hin. Pass auf, pass auf. Was ist los? Pass auf! Pass auf! Jonathan wird überworfen, und. Christopher, komm mal hinter dir. 6.04, GTR, 17. Komm bei Jonathan. Komm wieder auf, hey, komm auf, Mari. Du schmuck jetzt! Du musst ihn, du musst ihn, du musst ihn, du musst ihn, du musst ihn. Wir haben den Rücken, ich schmuck. Ja, wir haben den Rücken, ich schmuck. Schimpf, komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Hey, mich konzentrieren Sie doch! Herr, komm, wir wollen! Komm, ab jetzt! Komm! Kommt! Richtig! 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 Schön, Sebastian! Super! Christoph! Da muss irgendwas kommen! Daniel! Daniel! So, und jetzt ruhig, Kevin! Richtig! 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 Warte, bis der Chris in Position ist und schön weit werfen! Chris, bewegt dich! Jonathan! Christoph! Mach du die mal! Jonathan, lass den Chris die mal! Christoph! Übernehmen! So! Christian! Kurzen Pfosten! Nur mit dem Hinterkopf! Rein! Mojotan! Jojotan! So! Weiter! 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 Und dann rein! So! Komm, Christoph! Komm! 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 Und dann rein! Da gibt's keinen Absatz! Komm! Halt ein, setz dich durch! Hey! Hey, hey, hey! Guckt einer, blickt mal auf! Ja, super! Hey, 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 hey! Das war der andere Mann! Hey! Mir wird nichts gesagt, wenn ihr so schreit. Sebastian! Mach das zur Seite raus, Mann! Hin! Hin! Raus! Hey, 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 hey! Daniel! 4, 2, noch 1, da geht der runter! Da kommt die rote Katze raus! Kost! Wirst du Applaus nehmen? Leon Eifler! Fabi! Berlin! 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 Florian! 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 Ja! Deine alte Position! Hey, Kevin! Kevin, du, steht Presseitverlängern! Konzentrier! Marvin! Marvin von innen! So, Jonathan, komm! Komm, hier raus, Baby! Oh, wie hast du die Beine? Riechen! Überstellen! Futter! Komm, des Alternative. Das sind die Beine, von denen die Beine, die Beine zu gehen. Futter! 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 Komm mal bis hier rüber! Abi, verlaupt ihr nächstes Handkopf! Und macht Druck auf den Ball! Stoppen! Komm mal, komm Abi! So, ruhig, ruhig, ruhig und weg! Okay, ich hab' das richtig! WG, aufpassen! Mörko, aufpassen! Nach vorne, nach vorne! Komm, wir machen jetzt Druck für die... Spür die dabei! Raus, raus! Raus, raus! Raus, raus! Komm,adas, komm,adas! Komm,adas, kommt! Süß, ey! Einer Linie! Einer Linie! Bitte startet doch mal da rein! Trau dich mal! Was kann klären? Klären! Gut! Sebastian, anbieten! Mensch, der Sebastian kriegt den doch viel besser, nimm den doch! Komm! 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 Gänsel! Gänsel!